Ich bin jetzt im Auto. Ich werde euch jetzt kurz zeigen, was ich gekauft habe und dann fahre ich zur Schule. Ich weiß nicht. Das erste, was ich in der Schule mache, Radio aus, ist aufs Klogin. Also ich habe mir einfach diesen pinken Block geholt. Cute, oder? Süßi. Als ich den Preis gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich zahle doch jetzt nicht so viel für einen scheiß Block, aber ich habe es trotzdem. Dann habe ich mir noch einen Ordner geholt in so einem hautfarbenen Ton. Und bevor jetzt irgendjemand kommt, braun ist auch eine Hautfarbe, ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie man sonst die Farbe nennen soll. Ich weiß nicht, was man sonst zu Hautfarbe sagt. Versteht ihr, wie ich meine? Also diese Farbe halt. Beige? Keine Ahnung. Dann habe ich mir das zu trinken geholt. Das hier. Keine Werbung. Ich wünsche es wäre Werbung, damit ich mal wieder Geld auf mein Konto hätte. Joke. Kein Joke. Dann habe ich mir noch ein Stabilo geholt in so einer richtigen dunkel-lila Farbe. Und dann auch einen pinken Kugelschreiber. Ich werde komisch angeschaut. Und zuletzt diese Durchfallmaske. Ich war jetzt zur Schule. Ich bin jetzt da. Ich stehe vor der Schule. Vielleicht sind noch Schüler. Ich bin jetzt da.